Hey Leute was geht zu einem neuen Video und heute wie ihr seht spielen wir Clash of Clans und Truppen sind ausgebildet. Wir greifen gleich an und ich habe letztens noch die Kaserne abgeredet damit die Healerinnen die ich benutze nur noch 4 Minuten brauchen. Ja dafür brauche ich 5 Millionen. Ich kann noch nicht so viel. Was wollte ich machen? Also ich wollte auf jeden Fall ein Gebäude upgraden oder einen Bohrer. Aber der dauert einen Tag und jetzt mal so ein Turm dauert 12 Stunden. Ja. Bisschen kürzer. Ich würde sagen wir gucken noch. Wie fließt ihr? Ah ich lasse. Händler. Nope. Ok dann würde ich sagen wir greifen jetzt mal an. Ah hier können wir noch. So ein Juwelen. Was wollen wir? Ah ok. Die Double Cannon. Jo die platzieren wir hier. Perfekt 10 Minuten nur oder wat? Ok. Ok let's go. Ich würde sagen wir greifen jetzt mal an. Hier haben wir alle schon. Einzelspieler spiele ich nicht so gerne weil ich Trophäen brauche. Ähm nope. Ah. Ah. Könnten wir machen aber lieber nur. Ok Bruder. Den greifen wir auf jeden Fall an. Werd einfach schon worden. Traurig. Aber so ein Rathaus? What? Ne. Ähm ne. Ähm ne. Hat ein bisschen zu gute Mauern und Truppen. Den greifen wir an. Ist auch ohne. Den greifen wir an. Let's go. Was machen wir jetzt also. Also als erstes würde ich die Bogen schützen machen da. Jetzt hier ich mal einen Ballon um das jetzt zu machen. Ok das war nicht gut. Ich mach mal hier die Blitze auf die Luftabwehr. Ja nice ist kaputt. Und jetzt machen wir den Ballon. Das war richtig schlecht von mir. Gerade. Ich sag ok und jetzt die Taktik. Burgenschützinnen und drei Geeler. Dann würde ich sagen. Wir machen jetzt. Wir machen jetzt den Checker. Die Bomben schmacken. Gehen den Drackel schnell. Und dann gehen wir hier rein mit Drackel Drackel. Und den Checker. Den lassen wir hier arbeiten. Ok let's go. Come came here. Ich brauche ich mir... Ich brauche zu drücken. Wischi zu mundeln. Buchstück pritzen. ich bin ich alleine aber die ist doch das Geld das brauche ich noch dreiben die nur dann kann ich mal weiter zu fliegen ganz gern witzig wie sehr geil wenn wir gerade auch wieder noch zu fliegen die sieht aber gerade cool ja heiler noch drei Päcker ja das sieht aber trotzdem schlecht aus nein, 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 nein es ist doch nicht also, dass wir einen Mannen haben wir ja zu den Huren aber auch das ist die letzte Kühle ja das ist ja Nein, nein, nein das ist doch nicht so wichtig wenn wir die Kühle nicht so wichtig auch ja 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 wir kennen die war sie 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 die 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 das war das Schatten Rund ja sie nimmt doch ein bisschen mit nein wir hätten es sogar noch geschafft egal wie du Weißt du, wie viele Prophäen bekommen wir? 14. Ja, ich brauche halt viele Prophäen gerade, weil... Mission und so und... Ah ja, drei, wot? Let's go! Eine Million! Wieso können wir das nicht öffnen? Ach so... Ja, Safety-Bohrer, Digga, ich brauche jetzt erstmal... Die Truppen können noch warten, oha... Obwohl, dann bekomme ich Minos, wäre egal... Safety-Bohrer... Ach, der wird schon auf Level 2? Wie geil! Ja, dann mache ich den auch noch safe... Wäre egal... So, jetzt holen wir das ab... Das hier brauche ich unbedingt, Leute... Ich hoffe, ich bekomme noch... 12, 5... Ah, das ist so viel... Dann werde ich auf jeden Fall erstmal den King... Schreibt mal bitte in die Kommentare... Ich weiß nicht, was klüger wäre... Erst den King... Auf... ähm... 5 bringen... Wegen der Attacke... Oder die Königen... Aber der ist halt schon auf 3... Level 4 kostet 17, 5 und die... Ich würde erstmal sagen, den King auf 5 bringen... Und dann können wir in Ruhe die Königin machen, oder? Der Warden braucht eh noch... Schreibt es mir mal in die Kommentare... Dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein Bell... Ich bin kurz bei Level 64... Let's go... Ah, okay... Das ist egal... Wie sieht das aus? Das wird noch gebaut... Auf jeden Fall hier angreifen... Dann brauchen wir aber... Hä? Hä? Leute, wo habe ich die Cannon Card? Hä? Wieso habe ich die nicht genommen? Ach, weil ich Babydruck auf 7er... Ja, aber... Wo habe ich die? Die Luftabwehr muss... Ja, das war dumm jetzt... Na, egal... Der Smasher muss... Das gehen wir auch... Oh, nicht gern... Lauf weg von dem Smasher... Lauf, 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 lauf... Ich bin... Ja, gut, oder? Ich weiß nicht... Nein... Oh, nee... Gehen die jetzt von Lager vor zu Lager... Oh, nee, Digga... Nein... Ja, schön... Schön auf die... Auf die Kanone... Schnell der Tesla weggeklebt nur noch zwei... Was, der schon low? Oh, schade... Nicht, 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 nicht... Hat... Hat er so eine Wage? Nein... Er... Er greift ihn mit viel Leben an... Das ist gut... Wenn ich... Wenn ich das Rathus kriege... Und die Kanone... Dann habe ich... Ah, nee... Okay, hab ich nicht... So ist der noch... Okay, nice... 53... Und... Ist er noch im Game? Ich hoffe nicht... Ja, gut... Ah, ja... Das war knapp... Aber er hat auch zwei Sterne... Ja... Das war knapp... Nice, nice, nice... Wir brauchen dafür... 980... Wir haben 680... Ja... Ich weiß nicht, ob wir das noch hinkriegen... Das machen wir... Und wir greifen an... Hat er 4 Luftabwehr... Ja... Ja... Dann nehmen wir noch... Machen wir so... Und machen so... Wir brauchen... Aber die Luftabwehr ist weg... Ah... Halbwegs... Wir machen erstmal so auf... Entspannend... Okay... Dann müssen wir schnell handeln... Einfach Prozente jetzt... Einfach Prozente... Einfach Prozente... Einfach Prozente... Oh... Kriegt er die kennen... Die kriegt er safe... 50... Schön... Ist er auch ein... Schade... Ich hätte das auch noch bekommen... Oh... Ich bekomme es doch... LOL... Das gibt doch mal... Schön... 4%... Okay... Jetzt bin ich mal gespannt... Ich glaube ich habe es verkackt... Ich hoffe nicht... Ja... Wieder gewonnen... Jetzt höre ich an den Sound... 18 Uhr... 1,2 Millionen... Was... So kann ich ja gar nicht mitnehmen... What... Ja... Das müssen wir machen... Das mussten wir machen... Leute... Ballern wir nochmal 6... Oh nein... Das geht ja auch... Von meinen Haupt... Von meinen Hauptdings weg... Und da brauche ich die Juwelen... Für den Bauarbeiter... Das war jetzt richtig dumm... Die sind gar nicht so stark... Auf jeden Fall die Luftabwehr weg... Was... Dann so... Was... Wie stark ist die... Schnell weg damit... Was hat den denn hier getötet... Ach das war ja... Ja... Die Erde... Der eine... Die Erde... Werden dass drei... Wings... Das wäre echt gut... Ja... Oh... Der Buß geht jetzt jetzt... Krieg's da das Fahrrad... Ja... Nein... aber es geht nur um die Prozente Reifelte Tester und die Bogenschützen angreifen oder das Gebäude kriegen die noch auf die andere Klinik erst geboostet ja über 60 mh bitte 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 dreimal hintereinander gewonnen aber hier kann man halt richtig Trophäen vom alter Schwede ich hätte mal die upgraden können ich glaube es ist voll ja lass die mal hoch bringen das brauche ich ja Gold dann kann ich hier ja mein Elixier rein rein knallen dann machen wir das dann können wir gleich nochmal kämpfen oder ich würde sagen das war es erstmal vom ersten Clash of Clans Video ich würde mich sehr über ein Like freuen und ich würde sagen ähm ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben welches Supercell Game bzw. welches Game ihr am meisten feiert dann würde ich das auch mehr bringen und ja gebt mir gerne Tipps in den Kommentaren für Clash of Clans und ich würde sagen bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.